Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von InfoNeuland TV. Am Freitag, den 3. Oktober, fand in der Mehrzeikhalle in Neuland ein weiteres Schulprogramm der Primarschule statt. Dieses Mal waren es die Kleinen, die ihren Eltern und Schulfreunden einige Sketche und Lieder präsentierten. Die Erstklässler erzählten in zwei lustigen Anspielen die Geschichte von Elmar, dem bunten Elefanten. Danach unterhielt die zweite Klasse mit lehrreichen Stücken zum Thema Regen und der Geschichte des klauenden Raben. Den Abschluss machte die dritte Klasse mit einem Stück von dem Wolf, der lesen lernte, eine ausgefeilte Bühnengestaltung und gute Kostüme unterstrichen das ausgezeichnete Programm. Es gehört eigentlich schon zum festen Jahresplan, dass man einen Volksliederabend in Neuland hat. Am 5. Oktober war es dann wieder soweit. Ein bunt gemischtes Repertoire an Musik und Tanz sorgte für einen unterhaltsamen Abend. Das bezeugte auch die positive Reaktion der zahlreich erschienenen Besucher. Das bezeugte auch die Klasse mit einem